Von Touchpoints und was sie bedeuten. Es gibt viele Modewörter im Marketing. Sind die Begriffe Touchpoint oder Touchpoint Management auch aus der Sprüche-Disco von Marketingmanagern, die sich wichtig machen wollen? Seit mir ein solcher bei VW 2006 erklärte, dass das ganze Web 2.0 und somit Social Media nur ein Agentur-Hype sei, den man nicht überbewerten sollte, hüte ich mich davor, Trends vorschnell als Hype abzutun. Insbesondere dann, wenn ein Gedanke plausibel erscheint. Die These, dass Unternehmensaktivitäten an Touchpoints auszurichten sind, um so von den Zielen der Kunden herzudenken, erscheint mir...